Ach, das ist der New Kim, ich dachte, ich dachte, Entschuldigung, ich dachte gerade, da steht ein alter Opa in Unterhose vor dem Haus mit so weißem, schütteren Haar und der will dann irgendwie auf die Teenager-Party und das kam mir gerade irgendwie ein bisschen schräg vor. Das war ja merkwürdig. Pizza bestellen, sag ich doch. Wie kann ich denn Pizza bestellen? Fünf Stunden im Zimmer abhängen. Naja, das kriegen wir aber schon auch noch irgendwie auf Kette hier. Ach, der hat es ja noch nicht geschrieben, naja. Ist ja unfassbar, der Adolf in Badekleidung. Wo ist er denn? Kann ich hier mal eben raus, bitte? Da muss ich mal ganz kurz hier für die Ladies mal... Ich weiß gar nicht, ob ich den Adolf überhaupt noch hinkriege, so rein stimmlich, vor allen Dingen jetzt, wo ich noch so heiser bin, das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Ja. Ja. Ich stehe auf nackte Körperkultur. Ja, naja, das wird schwierig, da muss ich auf jeden Fall gleich wieder husten, da merkt ich ja wieder einen Reiz im Hals, verdammt. Ich bin mal kurz husten, Moment. Der Adolf, was macht der denn da? Oh, jetzt wird's heiß. Äh, Tränenmond, wie geht's dir denn? Hunger, du musst was essen. Norbert Newcomb. Äh, kann man den reinbitten? Bitten zu gehen. Ne, der ist schon drin, der bleibt nur draußen. Hör auf damit. Naja, gut. Okay, Tränenmond muss auf jeden Fall erstmal, ich würd mal sagen... Reste essen. Kann man die Reste nicht auf den Tisch stellen hier irgendwie? Öffnen und dann können wir doch mal... Was haben wir denn da? Elritze von super, formidabler Qualität. Und dann haben wir hier noch Gelee-Sandwich. Kann man das da? Ne, kann man nicht. Kann man das auf dem Trockner vielleicht? Ne. Hm. Vielleicht da hin? Kann sich das da jemand nehmen? Ich bin mir da nicht so sicher. So vielleicht. Ja, Träni. Komm, ach hier, für die Boys natürlich, nachdem wir hier den Adolf in fescher Bademode gesehen haben, für die Boys hier natürlich... Oh, ein bisschen erotische Aktionen. Hm. So, zu fressen ist da. Tränenmond muss eigentlich hier den Pizzamann anrufen. Das können wir anschließend noch machen. Jetzt ist ja gerade die Party gestartet. Begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Okay. Fridolin, was kannst du denn mal machen? Du kannst ja... Dich einpissen könntest du ja zum Beispiel. Das wäre auch super. Ne, du kannst erst mal ein bisschen hier aufs Klo gehen. Benutzen. Und dann kannst du dir mal... Vielleicht dir mal ein Sushi nehmen. Ne, pass mal auf. Bevor du dir selber ein Sushi nimmst, machst du mal folgendes. Mahlzeit bringen zu. Und dann kriegt Sabrina erstmal natürlich was. Und dann nimmt er sich selber einen Teller. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Amt, Dini! Ähm... Offenbar will Sabrina gerade nicht so recht essen. Aber weißt du was? Tränenmond ist gerade voll dabei. Kann die da mittanzen vielleicht? Zusammentanzen. Wobei... Ach, naja. Was soll's dann eben? Ich dachte, die können zu dritt tanzen. Aber offenbar geht das wohl nicht. Super. Super. Oh. Oh Gott. Tut mir leid. Ich muss noch mal Pause machen. Aber ich muss hier leider mal ein bisschen auf das hübsche Paar... Muss ich mal ranzoomen. Weil das ist doch... Also da bin ich... Also ich bin so verliebt. Also wirklich. Und die beiden passen ja auch so super zusammen einfach. Ich glaube, sie verspeist ihn gleich. Och Sabrina. Hör mal auf zu spielen jetzt. Na also. Fridolin, jetzt bringe doch endlich mal Essen. Ah, na also. Ähm. Ähm. Nein, nicht auf das Klo. Nein. Nein. Mmh. Lecker lecker. Ich bin so... Lach, lach, lach. Lach, Lach. Lach, lach. Lach. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich muss noch mal ganz kurz zur Erklärung sagen, ich weiß, ich halte die ganze Zeit die Fresse, aber das passte auch gerade so gut. Ich muss zur Erklärung sagen, Norbert Newcombs war natürlich auch ein Arsch, der hat natürlich die Tränen und ganz übel abserviert auf der Party. Sie hat zwar ein romantisches Interesse an ihm, aber er hat sie natürlich ganz eiskalt abserviert und deswegen steht er hier, weil die Newcombskinder... Der Papa ist natürlich eine coole Sau, aber die Newcombskinder sind einfach so eine verwöhnte, reichen Blagen. Und deswegen kann der ruhig mal hier ein bisschen an sich selber rumspielen, auch darin sind die Newcombs ja sehr gro... Na also, ihr wisst schon. Au, 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 Handy, 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 was auf dem Boden, was? Auf Boden schlafen geht natürlich auch, aber wir wollen erstmal hier. Oh nein, ein aufmerksamer Nachbar hat die Polizei gerufen. Polizei? Äh, ich mein Nachbar? Nachbar? Hier wohnt doch keiner. Ja, bestimmt diese Obdachlosen. Ach, verdammt, Party abbrechen. Wie bricht man denn eine Party ab? Wie bricht man denn eine Party ab eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Party auflösen. Ah, überreden zu. Ah, Mist, das wär natürlich lustig. Überreden wir mal den Adolf. Kann man den überreden? Ne, den kann man nicht überreden. Überreden wir mal den Norbert nochmal vorher. Küssen mit Adolf. Das machen wir auch vorher nochmal. Komm! Hey, möchtest du nicht mal mit dem Adolf auf Zunge machen und so? Ach, hör auf! Hör auf! Nein! Nein! Oh mein Gott! Äh. Ich dachte, die überredet ihn jetzt. Okay, ich muss leider die Party auflösen, weil wir wollen ja keine Schwierigkeiten mit den Bullen haben. Äh, Party auflösen. Nein! Sie übernachtet doch heute hier! Wo willst du hin, Mädel? Tolle Party! Wohl erst Gegenteil. Ich bin weg. Hey, nette Party. Leider muss jetzt gehen. Aber, 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 aber! Ja, Tränenmond ist nicht die beste Gastgehrin, obwohl es doch eigentlich lustig war. Nun ja, wir möchten uns über den Lärm beschweren. Was auch immer bei euch läuft, haltet euch ein bisschen zurück, ja? Aber ist doch alles ruhig. Ist ja nichts passiert. Alle schlafen schon. Seit Stunden. Äh, aber wieso schläft denn jetzt, äh, das Mädel nicht hier? Das würd ich gern mal wissen. Boah, das Klo, das sieht aus wie aus dem Krieg. Oh nein, und die beiden müssen jetzt zur Schule aufstehen. Theoretisch. Der Schulbus kommt um 8 Uhr. Ach, Energie geht aber eigentlich. Naja, gut. Zumindest bei ihr. Okay, Mädel. Du gehst aufs Klo. Bläh. Benutzt die Dusche. Die auch schon versifft ist. Ach, Mensch. Hier ist doch alles ekelhaft. Jetzt? Ist das hier wenigstens noch gut? Nein. Hätte man vielleicht noch wegstellen sollen. Naja. Hier ist jetzt alles vergammelt. So, Frido, die macht an der Zeit ein bisschen Spaß. Ei, 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 ei. Mh, lecker, lecker, lecker. So, stellen wir die Makaronnummer wenigstens schnell weg. Und, äh, anschließend Snack essen. Ein Müsli. Ach, wenn doch heute bloß frei wäre. Das wäre so schön. Wenn die einfach mal frei hätten die ganze Zeit. Ja, das muss leider warten. Auch bei dir muss das warten. So, Fridolin. Äh, naja, der sieht jetzt nicht so gut aus. Ihr Hunger hält sich ja zum Glück noch in Grenzen. Und zum Glück können die ja in der Schule essen. Fridolin sollte auf jeden Fall vorher noch mal duschen gehen. Ganz schnell, damit er zumindest ein bisschen besser aussieht. So, schnell wegstellen und duschen gehen. Ich hoffe, er packt es noch. Schneller, Fridolin. Fridolin. Oh, das wird so knapp, das wird so knapp, das wird so knapp, 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 das wird so knapp, 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 knapp Ich glaub, wir haben gar keinen Platz mehr im Briefkasten. Naja. Ach, Fridolin, jetzt lauf doch schnell hier zur Schule. Meine Fresse. Lauf. Lauf. Du hältst wieder alles auf, Fridolin. Den schönen Zurück-in-Zukunft-Bus. Lauf, Forrest, lauf. Ich krieg dich schon. Dann gibts den Arsch voll. Los, lauf doch. Lauf. Du kannst mir nicht entkommen. Ich bin der Unsichtbare hinter der Kamera. Aber ich würd gern mal wissen, wo er sie erst jetzt hinläuft, übrigens. Nur mal so aus Neugier. Die Kinder sind eh grad in der Schule. Nur lauf doch, schneller, schneller. Huch, nicht so schnell. Huch.